Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja Freunde und das werden wir natürlich jetzt auch sofort tun. Heute reden wir aus aktuellem Anlass ein wenig über Temperaturwahrnehmung, die Thermozeption. Und warum tun wir das? Ganz einfach, weil ich gerade aus dem Urlaub komme und habe diesen in Bayern verbracht, wo so eine Durchschnittstemperatur von irgendwas um die 30, 32 Grad war. Und ich bin nicht so besonders widerstandsfähig, was hohe Temperaturen angeht und deswegen habe ich gedacht, wir verarbeiten das Thema hier mal ganz einfach zu einer Folge Autismus Kompakt. So und ja, warum das Ganze? Weil insbesondere ja autistische Menschen ähnliche Probleme haben in der Temperaturwahrnehmung, nämlich haben diese ganz oft mit einer Hypersensitivität oder einer Hyposensitivität in Bezug auf Temperaturen zu kämpfen. Das bedeutet, sie nehmen Temperaturen besonders intensiv wahr oder sie nehmen Temperaturen sehr abgedumpft und niederschwellig wahr. Und beides bergt so seine Probleme und teilweise auch Gefahrenpotenziale. So, ja, warum ist das Ganze so? Das hat was mit den Verknüpfungen im Gehirn zu tun und da wollen wir jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen. Wir wissen ja, die Wahrnehmung spielt autistischen Menschen oft ja so ein paar Streichel und das ist hier in der Temperaturwahrnehmung auch nicht anders. So und wie können wir denn jetzt diese beiden Ausprägungen unterscheiden? Das ist ja die eigentliche Frage heute. Also wenn Menschen hypersensitiv sind, also besonders stark und empfindsam wahrnehmen, dann spielt sich das in Bezug auf die Temperatur folgendermaßen aus, nämlich dass diese Menschen ständig das Gefühl haben, dass sie zum Beispiel ganz stark Kälte ausgesetzt sind, also das Gefühl haben, dass sie ganz stark frieren und auch Räumlichkeiten, wo einfach so eine ganz normale Durchschnittstemperatur von was weiß ich 20 Grad oder so wirkt, dass diese Menschen da sagen, es ist unglaublich kalt und sie können das kaum ertragen, weil sie so stark frieren. Und genauso zur Hypersensitivität gehört auch das Gegenbeispiel, nämlich dass Menschen schon bei geringen Temperaturen wie zum Beispiel 15 Grad sagen, oh ja, 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 hier ist es echt kaum zu ertragen vor Hitze und ja, das halte ich hier nicht so besonders lange aus. Und das sind dann ganz spezielle Situationen, denn die Menschen, die hier so hypersensibel sind, die überschreiten eine Grenze relativ schnell, nämlich die Grenze von der Temperaturwahrnehmung zur Schmerzwahrnehmung. Das bedeutet, dass sie Schmerzen empfinden, zum Beispiel aufgrund zu starker Hitzewahrnehmung oder zu starker Kältewahrnehmung. So, und sobald wir ja eine Entwicklung in Richtung Schmerz haben, sind wir sehr, sehr deutlich auch in einer schwierigen Situation, die den Alltag ganz schön einschränkt, gefangen. Und das fängt ja schon an bei starker Hitze- oder Kältewahrnehmung. Zumindest ist es bei mir so, dass meine Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, wenn es sehr warm ist. Und das gibt einen ziemlich starken Leidensdruck sogar, auch wenn die meisten Menschen sagen, ja, wieso Wärme? Ist doch total super. Für mich ist es halt nicht. Und für viele Menschen mit Autismus, die hypersensitiv im Bereich der Thermozeption unterwegs sind, ist es halt auch so. Gleiches gilt allerdings natürlich auch für die Kälte. So, und woran erkennen wir das jetzt? Ganz einfach, die Menschen werden sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen mit dem Thema und sich natürlich auch darüber beschweren. Also sagen, oh, hier ist es aber heiß oder uiuiui, hier ist es aber kalt, mach mal die Heizung ein bisschen an. Das sind alles so typische Äußerungen. Und nicht alle Menschen, die davon betroffen sind, wissen das, dass sie besonders sensibel sind in den Temperaturwahrnehmungen. Und dementsprechend, ja, gelten sie dann erstmal als, ja, empfindlich oder sollen sich nicht so anstellen. Das sind ja oft so diese Probleme, die man so hat. Zieh dir was an oder zieh dir doch ein bisschen weniger an. Das sind dann so die schlauen Ratschläge. Als jemand, der sehr, sehr insensibel im Bereich der Wärme ist, kann ich euch allerdings auch sagen, irgendwann ist man nicht mehr in der Lage, sich weiter auszuziehen. Es sei denn, man hat Lust, auf seine Haut zu verzichten. Und das haben ja die wenigsten Menschen. So, das bedeutet, dass Menschen, die zum Beispiel so stark auf Hitze reagieren, dass die dann oft dazu tendieren, einfach auch in kälteren Jahreszeiten kurze Hose zu tragen. Und wenn man sich so mal ein bisschen Gedanken drüber macht, als ich aufgewachsen bin, gab es auf jeden Fall diesen Kerl in der Nachbarschaft, der irgendwie immer in kurzer Hose, auch wenn es geschneit hat, durch die Gegend gelaufen ist. Und vielleicht ist das ja eine gute Erklärung im Nachhinein dazu. Und genauso gibt es Menschen, die einfach immer viel zu warm angezogen sind. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass sie besonders negativ auf Kälte reagieren. Ja, was wichtig ist, ist, diese Wahrnehmungen sind ganz, ganz echt. Und deswegen müssen wir sie ernst nehmen. Und kleiner Ratschlag in Richtung der Eltern. Also wenn eure Kinder sich immer ausziehen, weil sie sagen, es ist viel zu heiß, dann lasst sie doch zu Hause das mal tun. So schlimm ist es nämlich nicht. Das hängt oft mit unseren eigenen Wahrnehmungen zusammen, dass wir das nicht ganz so verstehen. Also oft haben wir so komische, fehlgeleitete Empathieleistungen, würde ich mal sagen. Wenn wir zum Beispiel sagen, uns ist gerade kalt, deswegen müssen alle anderen sich warm anziehen. Und das ist natürlich auch sehr subjektiv unsere Wahrnehmung und hängt überhaupt gar nicht mit der subjektiven Wahrnehmung anderer Menschen zusammen. Ja, wie ist es denn aber andersrum? Wenn wir hyposensibel sind, dann brauchen wir ziemlich viel Reize, damit wir überhaupt eine Wahrnehmung haben. Das heißt, dass hyposensible Menschen erstmal so in Gefahren unterwegs sind, wie zum Beispiel, dass sie die Hand auf die heiße Herdplatte legen und das erstmal nicht merken. Oder dass sie schon erfrorene Füße haben und das erstmal überhaupt gar nicht merken. Denn die Wahrnehmung ist ja wie so eine Grenze zu sehen. Und hyposensible Menschen kommen ganz schwer an diese Grenze. Und deswegen brauchen sie bei Temperaturen auch besondere Reize. Das heißt, sie gehen besonders spärlich angezogen in den Winter raus oder sie gehen unter die Dusche auf, wenn die 70 Grad hat und sich die Haut schon irgendwie abschält. Und das hat natürlich gewisse Gefahrenpotenzial in der Temperatur. Da muss man bei autistischen Kindern, Jugendlichen besonders darauf aufpassen, dass die hier nicht irgendwie ständig sich aus Versehen selber verletzen, weil sie einfach diese Schmerzgrenze gar nicht haben. Denn der Schmerz, der so langsam sich entwickelt aus irgendwelchen Wahrnehmungen, da soll uns ja deutlich eins sagen, pass mal auf, hier wird es gleich gefährlich. Und das, was du gerade machst, solltest du auf gar keinen Fall länger verfolgen und da jetzt mal mit aufhören. So, und wenn das nicht der Fall ist, sind diese Menschen manchmal darauf, ja, davon abhängig, dass wir das von außen einfach mal dann für sie übernehmen und sagen, pass mal auf. Das heißt, das berührst du bitte nicht weiter und dreh mal die Dusche ein bisschen kälter und was es dann noch alles so einfällt. Also, im Endeffekt bleibt die gute alte Weisheit bestehen. Wahrnehmung ist subjektiv ab einer bestimmten Stelle, nämlich sobald die objektiven Reizen in unserem Gehirn angekommen sind. Und dann können wir von außen nicht für andere Menschen entscheiden, ob es jetzt zu kalt oder zu warm ist. Das entscheidet jeder Mensch für sich selber und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt auf jeden Fall mal alleine und dann könnt ihr mal gucken, was ihr davon haltet. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.